Heute haben wir mal eine etwas andere Art des Fußballs für euch vorbereitet. Das ganze ist natürlich Pärchen-Fußball. Okay, pass auf, nächstes Spiel Pärchen-Fußball. Heißt, ihr geht immer zu zwei zusammen, nehmt euch an der Hand. Ansonsten ist es ein ganz normales Fußballspiel. Wenn ihr irgendwann euren Mitspieler loslasst, ist automatisch ein Tor für den Gegner. Deswegen immer schauen, dass ihr die Verbindung nicht löst. Sonst ganz normales Fußball, okay? Klar soweit? Ja. Okay, auf geht's, kommt hier rein ins Feld. Jungs, es gibt keine Verteidiger, alle spielen draußen mit. Keiner steht ins Tor rein, raus da! Hier! 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 Nein! Das war es auch schon heute zum Thema Pärchen-Fußball.